Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Live in the Woods mit dem Mann und mir, Anni. Und was willst du jetzt noch machen? Weiter in deinem Turm basteln, ja? Ja, ich brauche jetzt erstmal noch Lava für Lava Stone. Und dann werde ich den Turm weitermachen. Ich habe immer noch keinen genauen Plan, wie ich das jetzt machen werde. Dass wir da oben natürlich dann auch in seine Enchantment Room reinbauen. Aber irgendwas wird mir da schon einfallen, hoffentlich. Ich finde, er schaut schon nice aus. Also kann man es mit anfangen, denke ich. Ja, finde ich auch. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, also schon mal alles in so den Tag gepackt. Trotzdem alles wieder vergessen. Ich will jetzt erstmal den Toaster machen, ein bisschen für die Küche was machen. Ich brauche jetzt erstmal hier... Äh, nein. Nein. Das da. Eisen, das und... Ich brauche jetzt nochmal. Ich weiß ja nicht, reichen acht Lava Stones? Ne, ich brauche nochmal. Ich brauche nochmal ein bisschen mehr. Den Holz mehr. Ach man. Ich habe fast alles vorbereitet. Oh, und ich brauche noch Tyrian. Fällt mir gerade auf. Oh, davon habe ich ja gar nichts mehr. Tyrian, 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 Tyrian. Dafür... Ah, ich werde doppelt Klick reingemacht. Mit Eisen und normalem Stone. Okay. Das dürfte ich ja zum Glück noch haben. So. Ach nee. Eisen in die Mitte. Jetzt bin ich gerade voll verwirrt. So, das ist das andere Rezeptding. Dahin. Dahin. Ich würde sicherheitshalber lieber nochmal ein bisschen Cobblestone brennen. Gut, was brauchen wir denn sonst noch? Ach ja, ich wollte wegen Holz gucken. Haben wir jetzt violettes Holz? Ja oder nein? Äh, Sekunde. Ich gucke mir gerade mein Holz an. Ich verstehe es nicht. Cobblestone? Cobblestone. Ach so. Ich habe Stein reingepackt. Ich trottel. Das hier war nämlich auch pink. Äh, Mahagoni war so... Oder ist das... Ne, das ist doch nicht das Lied an der Weiham, aber grünes. Ja, ich wollte eigentlich was Violettes. Ne, das geht nur was anderes dann. Ich glaube, dann mache ich das doch aus dem Tyrion. Dann muss ich halt einfach noch ein bisschen was davon herstellen. Weil da gibt es nämlich so violette Blöcke. Okay. Dann mache ich das. Aber dann kann ich hier auch schon mal ein bisschen nochmal ein paar Carpenter Sachen mitnehmen für das... Ah, das Dach. Das Dach wollte ich ja eigentlich nicht aus Tyrion machen. Aus Carpen des Stairs, meine ich. Gut, werde ich aber nicht drum rum kommen. Piston habe ich gemacht. Ich habe keine Ahnung, was Piston ist. Piston? Das sind Kolben. Okay. Die kannst du mit Redstone betätigen, dann schieben die was weg oder hoch oder sonst was. Ah, okay. Gut, dann muss ich gucken, dass ich jetzt das Quarz, Quarz, Quarz... Äh... Also kann ich irgendeinen Stein nehmen, bestimmt. Äh, Eisen dürfte ich ja noch ein bisschen was dabei haben. Jo. Den Piston... Das hier kann ich schon mal zu dem hier machen. Okay, das wird auf jeden Fall witzig, das Dach. Obwohl... Ah, das Dach mache ich gar nicht aus Treppen. Stimmt ja, das wollte ich ja anders bauen. Haha, stimmt, stimmt, stimmt. So, alles ordentlich zurückpacken hier. Huff, okay. Okay, und sobald ich den Turm fertig habe, zumindest so grob, dann werde ich da einen Weg nach oben bauen. Das nervt mich hier gerade tierisch. Das ist mein Toaster. Kann natürlich noch nichts machen, weil ich noch kein Brot in der Hand habe. Ähm, ich will die gerade, ich glaube, ich brauche einfach nur das Brot jetzt. Ähm, habe ich Weizen zufällig unten im Keller? Das wäre schön. Sehr gut, hier nicht. Ja, auch nicht. Ach, schon wieder, bei der Aufnahme muss ich jetzt schon wieder niesen, oder was? Er hat aber auch einen Pech, ne? Ich habe vergessen, nach den Carp und das Leitern zu suchen. Oh. Äh. Das war so nichts. Ja, muss ich, da muss ich leider nochmal zurück. Ich will jetzt nicht extra, wenn ich weiß, dass ich noch Leitern habe, nochmal extra neue machen. Weil so verwende ich nicht Leitern. Sorry. Für die Leute, die jetzt hier nochmal sehen müssen, wie ich die ganze Strecke wieder zurücklaufe. So, ich packe ich Brot hin, dann schneide ich das Brot. Es kommt mir ins Gesicht geflogen. Dann habe ich Brot-Slices. Und die packe ich in den Toaster. In den Toaster. Dann kriegst du Toast. Vielleicht mal ohne was in der Hand machen. Ey, sollst du... Sollst du toasten, Mann? So, ich habe doch da oben... Oh, ich habe doch gar keine Carp und das Leitern mehr. Geil, ich bin umsonst hergelaufen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich toaste, ey. Ich kriege den Toaster nicht runtergedrückt hier. Perfekt. Äh, okay. Dann müssen wir es hier noch machen. Letter! Jetzt so! Ach, Gott, ey. Ich schüttel mich immer wieder fertig. Wir warten und warten und warten. Da! Und wieder kam es in mein Gesicht geflogen. Direkt in meine Hand. Und ich habe Toast. Ein herzhafter Snack. Auch kann ich ihn, glaube ich, gar nicht essen. Nee. Bringt auch nur ein bisschen mehr als ein Keule. Oh, ich habe jetzt Toast. Hey, Keule. Achso, ich habe auch schon Brot. Ach, ich trottel. Jetzt kann ich hier schon mal das Tyrion hier umwandeln. Ich packe das mal hier rein. Das hier. So, und die Tüsche mag ich nicht. Ich finde den Mariatorn cool. Ach ja, und ich habe mir schon was überlegt, wegen dem Farminghaus da hinten. Das wird nämlich dann eine Windmühle. Irgendwann. Werde ich eine Windmühle draus bauen. Das wird sehr lustig. Ich glaube, ich werde im Let's Play nie ein eigenes Haus besitzen. Bestimmt nicht. Ich habe mir immer so voll die Mühe, hier immer alles umzubauen und jetzt so. Einfach nur alles in irgendwie Küche und so zu investieren, die ganzen Folgen, aber naja. So, jetzt die Frage, was würde ich noch machen? Ich würde eigentlich ganz gerne noch, als nächstes noch so einen Mixer machen. Einen Mixer? Ja. Willst du Froop herstellen? Ja, genau das. Am besten direkt aus Kühen oder so. Was ist denn das da? Weit. Schwarze Wolle, Eisen und Glasspanes. Habe ich die denn noch? Natürlich nicht. Macht man die Dinger. Och Mann. Ist das nicht einfach nur überall? Halt. Da war's. Okay, die sieht schon mega doof aus. So, ich esse mein Mixer. Ich brauche aber noch... Ach, Mist, das habe ich noch nicht... Äh. Ist wieder weggeworfen. Gern noch eins zum Traufstellen. Ich habe auch immer noch nichts, irgendwie Theken-mäßig, wo man sich ransetzen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Aber naja. Brauche ich noch mehr Quarz. Ich brauche jetzt einfach hinten in die Ecke. Öh. Nein. Später. Genau. Ach, das habe ich auch noch nicht erklärt. Den Geschirrspiel habe ich noch gar nicht erklärt, ne? Man kann da nämlich seine ganzen Tools reinpacken und die werden Durability wieder erhöht und so. Man braucht nur ein bisschen Seife dafür. Mist. Ja, ja. Ah, der sieht gut aus. Dafür brauche ich jetzt aber noch... Für den Mixer brauche ich erstmal noch ein Glas. So ein Cup. Hm, das ist ja gar kein Name. Das sind auch noch ein paar Paints. So, ich bin klar. Das packe ich erstmal noch im Schrank. Och Gott, das sieht man immer kaum. Jetzt weiß ich natürlich die ganzen Rezepte nicht. Ich meine, ich hätte mir ein paar angeguckt gehabt. Weil man kann sich zum Beispiel echt gut damit stärken oder so. Die ganzen komischen Mixesachen. Hallo. Spiel, Spiel. Nicht abstürzen. Ach genau, und die wollte ich immer noch versuchen. Diese... Bar... Kleins? Ich weiß nicht. In sowas. In deutschen? Haben wir sowas? Sachen, die man sich vor das Fenster hängt. Das habe ich im Prinzip auch bei mir. Das kann ich nicht leiden. Das bei mir war aus Metall und hier ist das tatsächlich aus Holz. Ganz kurz schlafen. Nein. Doch. Ich arbeite an einem schwarzen Turm. Ich will wenigstens etwas Licht haben. Ist doch noch hell. Was hast du denn? Nein. Für mich ist das schon tief in Nacht hier bei dem Turm. Hm. So. Jetzt ist die Frage, ob ich es so lasse. So, aber jetzt brauche ich wieder ein bisschen Eisen. Ich muss mir natürlich jetzt überlegen, ob ich das dann überall im ganzen Haus anbringe. Ja. Eindeutig ja. An allen Fenstern. Damit es ein bisschen weniger behindert aussieht, einfach. Es sieht doch noch was aus, oder? Da irre ich mich. Was sieht das kacke aus? Ich sehe es gerade nicht. Kann man nämlich schon das Licht wegmachen. Nämlich auch noch funktional, die Dinger. Na, ich lasse das erstmal. Ihr könnt euch das ja angucken, gerade unten in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise der Elanum, der da ein bisschen mehr Ahnung hat, von was hübsch aussieht. Der kann sich das auch mal angucken. Ich lasse es erstmal. Für ein Fenster reicht das schon mehr als genug. Ach, meine Güte. Mir fehle ich leider nicht deswegen. Ja, es ist eh bei mir im Haus dann. Ach so. Eine Verhübscherung. Ja, dann. Ich bin schon wieder so planlos, ne? Einen Computer wollte ich mal gucken, was man jetzt dafür noch braucht. Oh Gott, ich werde so viel mehr Tyrion brauchen. Eisen. Ach, ich gehe ein bisschen in das Metroid spielen. Und du hattest echt nicht nochmal irgendwo Eisenblöcke gefunden, oder? Also zum Beispiel zum Lager? Äh, in meinem Inventar habe ich noch welche. Ja, gut, okay. Blöd. Barriers habe ich zum Glück noch gemacht. Hä? Nein. Wieso? Ach, was ist denn da stand? Da ist schon wieder Blut drinne? Was? Das ist ja jetzt nicht der Ernst. Wieso denn das funktioniert? Das freue ich mich aber auch gerade mal. Weißt du, dürfte es ja nicht mehr sein. Ich habe das Ding ja zugemacht. Naja, gut. Die Tür stand jetzt offen. Aber ist die Frage, ob wo es reingeflogen sein könnte. Das muss ja irgendwo reingeflogen sein. Ich habe eigentlich alles zugemacht. Oder ist etwas in dem Ding gespawnt? Das kann aber auch nicht sein. Ist aber alles zu. Ist das in irgendein Loch? Nee. Naja, durchs Fenster. Nein, oder? Nein, ich glaube nicht. Och, Mensch. Äh. Das Spiel will uns mobben. Hä, habe ich jetzt die ganze Erde? Ich habe meine ganze Erde weggemacht. Okay, dann gucke ich mal. Lasse ich mal abfließen hier. Gucken, was passiert. Ich will ja auch eigentlich nur Eisen. Das liegt jetzt erstmal nur oben drauf. Naja, gut. Dann lasse ich einfach mal abfließen. Gucken, was passiert. Ob ich irgendwann fertig werde hier. Wie viel ist das? Aluminium 13. Naja, mal gucken. Boah, wie ist es bei mir? Es ist hier oben total lagged irgendwie. Nicht gut. Habe ich jetzt noch Cleanstone? Nee, habe ich alles verbraten. Hä, ja. Aber ich glaube, ich mache das dann doch so, dass ich unseren... Kannst du mal kurz im Turm schauen und sagen, wie du es findest? Also ab hier würde jetzt dann auch das Dach anfangen, dann. So ein Spitzdach. Ja. Also abgesehen davon, dass momentan nur die vordere Front bei mir lädt. Von dem, was ich sehen kann. Aber ja, ich denke schon. Okay. Müssen wir hier angehen. Mhm. Er läuft auf der Luft, er läuft in der Luft. Äh, naja, gut. Okay. Das bedeutet, bevor wir jetzt hier weiterbauen können, müssen wir erstmal Stuff sammeln. Also brauchen wir wieder Cobblestone, müssen wieder schmelzen. Und dann müssen wir wieder Tyrion herstellen. Und äh. Und hier lagts übel krass. Das ist echt heftig. So, ich muss gucken. Ich glaube, ich kann die Fackeln hier echt wegmachen. Nom, 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 nom. Na los. Die kann ich eindeutig wegmachen. Äh, sechs Stück? Och man. Ich mach jetzt jetzt einfach zwei ein, damit es schneller geht. So, hier muss natürlich dann noch unser Graben hin. Und wenn ich gerade eh schon dabei bin und jetzt nicht mehr hier weiterbauen kann, werde ich jetzt hier mal ein bisschen die Umgebung so machen, wie ich sie hier gerne hätte. Aluminium sind 13, das lässt sich auch richtig blöd ablassen. Ach, ja. Mal gucken, was hier am schnellsten geht. Ich hoffe mir, das war jetzt keine falsche Entscheidung, das nochmal schmelzen zu lassen, zwei Blöcke. Oder sind noch zwei? Ist das jetzt hier richtig? 1, 2, 1, 2, ja. Oder kommt hier unser Graben hin? Zumindest habe ich genügend Blöcke Eisen. Ich glaube, ich lasse das hier erstmal. Tü, 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 tü. Nein. Hier. Dann war ich Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. So, wo ist er jetzt denn? Der Computer. Computer. Erstmal Let's Plays aufnehmen. Pff. Also, ich gucke mir das immer an und vergesse das sofort wieder. Das ist richtig schlimm. Und, geh runter. So, das kann ja alles weg. Das passt eigentlich, wenn das hier so ein bisschen so durch den Wald geht. Da ist er. Einen Drucker gibt es da eigentlich auch noch irgendwo. Wo ist er denn? Einen Drucker? Mhm. Okay. Eisen. 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 Oh, hier habe ich, glaube ich, noch. Dann geht es hier entlang. Hier runter. Hier runter. So, müsste das eigentlich... Brauche ich nur noch Tinte dazu. Ich habe schon vergessen, was er einem ausdrucken kann, ey. Ich bin auch so intelligent. Ähm, wieder weg damit. Ähm, wieder weg damit. Hä? Wieso ist das denn hier einfach so? Hä? Random Holz? Ach so, das gehört zu dem Baum hier dazu. Ah, okay. Ja, jetzt mal gucken. Computer kommt natürlich in mein Schlafzimmer. Was? Ja, nicht. Natürlich. So. Vielleicht sollte ich mir wenigstens den Weg hier mit Fackeln markieren. Ich brauche einen größeren Tisch. Ich glaube, mir reicht das nicht, oder? Das sitzt doch zu groß. Ach man. Warum lebe ich immer so bonzig? Ach so bonzig. So, und dann hier. Such advance. So ein Drucker daneben. Sehr tief, wenn es immer. Ach, was habe ich vergessen? Einen Stuhl wollte ich noch machen. Vielleicht zum Hinsetzen. Möchte ich noch einen Tisch. So, dann geht es hier runter. Dann kommt man fast perfekt beim Feld raus. Hm. Nee, das war doch anders. Ich habe immer... Ach, komm schon. Ja, 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 ja. Ist mein Inventar wieder voll? Natürlich, weil ich wieder irgendwas eingesammelt habe, was ich nicht haben will. Ich dachte es mir schon, aber es sieht wirklich blöd aus. Ach man. Ja, ich mache ihn. Ja, ja. So. Ja, es muss natürlich dann alles noch schöner werden, bis alles dann am besten was noch zugewachsen ist. Aber das mache ich ein andermal. Es geht ja sowas darum, dass ich hier vernünftig auf den Turm hochkomme. Gut, das heißt, ich muss jetzt erst mal Cheeseburger essen. So, ich habe schon mal Tintet drinne. Tintet. Nee, das ist falsch rum. Der Trottel sitzt denn so vor einem Stuhl. Jo. Gut, dann gehe ich nochmal kurz in die Hütte. Auf mein Bay kann ich mir jetzt natürlich Sachen kaufen. Ein Sattel. Was ist das hier? Spawn Horse. Diamant Horse Armor. Es kostet ja nur acht Emerald. Ach, nur, ja dann. Ach, ein Eisen ist ja lächerlich. Genauso wie Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, Feuerwerk heißt das. Und hier das Rezept. Ja, genau. Ich brauche mal vielleicht mal was zu kaufen dann dafür, ne? Nee, lass mich runter. Dann schaue ich ja auf den Tisch. So, ja. Gut, ich glaube, dann werde ich zwischen den Folgen, werde ich dann noch ein bisschen Cobblestone sammeln und schmelzen. Damit wir hier noch ein bisschen Tyrion herstellen können. Und natürlich auch das Inventar sortieren, denn das war es jetzt leider schon wieder für diese Folge. Habe ich nicht dran eigentlich? Ja, ich wollte dich bloß darauf hinweisen. Ich wollte eigentlich noch ganz, ganz schön meinen Emerald holen und mir das Ding kaufen, aber ich finde ihn nicht. Das heißt, du hast ihn bestimmt geklaut. Und ich habe ihn ja, eigentlich habe ich dir ja auch einmal gegeben. Für die Pickaxe. Gut, dann machen wir das mit dem Rezeptbuch beim nächsten Mal. Und mal gucken, ob ich noch irgendwas kochen, backe, mixen werde. Und der Turm sieht echt geil aus. Ich bin fasziniert. Das ist gerade bei Nacht richtig geil. Ja, danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.